Ganz herzlich willkommen zu Hamburg und seine Hunde. Ich bin Mignon Kowalik, eure Moderatorin. Schön, dass ihr dabei seid. Wie wir alle wissen, sind ja Mensch und Hund ziemlich gleich. So muss auch ein Hund nach einem Unfall oder einer Operation zurück wieder ins Leben kommen und dabei hilft halt die Tierphysiotherapie. Ich habe mir daher heute Maybret Thiesen eingeladen, Tierphysiotherapeutin. Herzlich willkommen, Maybret. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ich habe es eben gerade schon am Anfang erwähnt, Mensch und Tier sind da gleichzusetzen. Ist auch die Physiotherapie gleichzusetzen? Also in ihrem Erfolg auf jeden Fall. In der Ausführung der Physiotherapie gleicht sich das nicht komplett, weil man natürlich den Menschen sagen kann, mach mal das oder lass das mal oder belaste mal jetzt so oder belaste mal so viel. Das kann man dem Hund nicht wirklich sagen, beziehungsweise er wird halt nicht unbedingt drauf hören. Dazu ist es halt auch so, dass man dem Hund auch nicht sagen kann, das tut jetzt kurz weh, das wird aber besser. Das kann man den Menschen halt sagen und der Hund sagt halt, nee, es tut jetzt weh und das finde ich jetzt gerade doof. Aber im Erfolg, also was das Resultat ist, da ist es auf jeden Fall gleichzusetzen, ja. Also es dient definitiv der Genesung des Hundes. Und wie, wie arbeitet ihr zusammen? Also wie merkt man oder wie merke ich das, wenn ein Hund jetzt zur Physiotherapie muss? Also zum einen, was du ja vorhin auch gesagt hast, nach einer OP oder nach einem Unfall ist es auf jeden Fall wichtig, dass der Hund einmal durchgecheckt wird und oft wird der Hund dann vom Tierarzt überwiesen. Also der sagt dann, also ich würde da noch mal gucken mit der Physiotherapie und der überweist dann sozusagen direkt. Oder man kann halt auch sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, er läuft gerade unrund, aber man möchte halt nicht zum Tierarzt gehen, weil die auch oft den ganzen Bewegungsapparat nicht so gut kennen, zumindest nicht vom Hund jetzt speziell, wie eine Physiotherapie, weil die halt wirklich das komplette Spektrum abdecken müssen. Und da jetzt wirklich so das Augenmerk auf den Bewegungsablauf legen, ist halt schwierig für jedes Tier. Aber es ist schon wichtig, vorher zum Tierarzt zu gehen und wahrscheinlich, ihr arbeitet dann sehr fest mit dem Tierarzt zusammen, könnt dann die Akten oder beziehungsweise den Krankenbericht euch einfordern und wisst auch, wo dran ihr seid, ne? Genau. Also ich rufe dann ganz gerne beim Tierarzt an und sage, ob sie, oder ich frage halt den Besitzer, ob es Röntgenbilder gibt oder MRTCT, weil mich das natürlich auch interessiert, wo die Probleme liegen und wo die Veränderungen im Bewegungsapparat und im Skelett liegen. Es gibt ja verschiedene Arten von Physiotherapie. Welche gibt es da genau? Genau, also da gibt es einmal die manuelle Therapie. Das sind halt wirklich passive und aktive Bewegungsabläufe, die klassische Massage, Dehnungsübungen und dazu gibt es dann halt Taping, elektronische Therapie, es gibt die Blutegeltherapie, wie wir hier sehen. Ja, du hast ja jemanden mitgebracht. Genau, meine kleinen Hälferchen. Und wann werden die jetzt angewandelt? Vorzugsweise bei degenerativen Veränderungen am Bewegungsapparat. Also sowas wie Arthrose, Hüftgelenksdysplasie, Ellenbogengelensdysplasie, Spondylose, alles was so schmerzhaft ist und was halt auch entzündliche Phasen hat. Ja, wir Menschen können ja Nein sagen zu Blutegel, bei Hunden ja nicht, wie du auch schon gesagt hast. Wie werden die denn bei Hunden angewandt? Also Tiere untereinander, wie kann ich mir das vorstellen? Also das sieht dann im Prinzip so aus, ich bringe sie halt in so kleinen Schnappdeckegläsern mit und wenn wir das dann halt, also wenn wir die Therapie dann, also wenn wir die Therapie dann machen, lasse ich so ein bisschen das Wasser ab, weil die auf den Hund ist halt nicht so toll und dann setze ich die im Prinzip im Schnappdeckeglas an den Hund ran und warte, bis die Blutegel beißen. Aber man muss auch schon wissen, an welcher Stelle genau. Also das wirst du vorher alles dann herausfinden. Genau. Also das ist ja dann immer die Frage, wo jetzt genau die Probleme liegen. Also ich sage jetzt einfach mal, ein Hund hat Hüftgelenksdysplasie und es ist gerade in einer schmerzlichen Phase. Dann setze ich die an die Hüfte ran, wenn da halt keine offene Wunde oder so ist. Also wenn eine offene Wunde ist, dann setze ich die mal ganz gerne daneben, weil so inoffene Wunden, das tut dann schon ein bisschen weh. Und das ist halt nicht so schön für den Hund. Ist das für jeden Hund zu raten, mit Blutegel zu arbeiten oder sagst du das? Nicht unbedingt. Also wenn die Hunde sowieso Bluter sind, das weiß man dann halt zum Beispiel nach einer OP oder es wird halt beim Tierarzt erfahren, das heißt halt, dass die Hunde viel zu lange nachbluten. Weil das passiert halt nach der Therapie, wenn die Egel dann abfallen oder wenn ich sie dann abnehme, dann bluten die Hunde noch nach. Das kann Minuten oder Stunden dauern. Aber wenn sie halt zu viel nachbluten, ist es halt ungünstig, weil sie halt auch das Blut natürlich verlieren. Und deswegen ist es nicht unbedingt für jeden Hund. Oder wenn sie halt blutverdünnende Medikamente nehmen. Oder wenn sie überhaupt Medikamente nehmen, kann es sein, dass die Egel nicht beißen, weil denen das Blut nicht schmeckt. Und egal wie viel sie wiegen und wie alt sie sind, das ist alles egal? Ne, also das Alter ist egal. Ja. Aber also ich persönlich egel erst ab 10 Kilo und dann ein Egel pro 5 Kilo. Und wie gehst du generell so ran? Also man ruft dich jetzt oder beziehungsweise der Tierarzt kontaktiert dich vielleicht oder du wirst weiter empfohlen. Wie erfolgt so eine Aufnahme? Also wie gehst du mit den Patienten vor? Oder auch mit Herrchen und Frauchen? Also ich bin mobil, ich habe eine mobile Praxis. Das heißt, ich komme zu den Besitzern nach Hause. Ich finde das immer ein bisschen angenehmer, als wenn die Hunde dann in eine Praxis reinkommen müssen. Mache ich das lieber in einer gewohnten Umgebung für die Tiere. Dann erfolgt ein erst Gespräch mit dem Besitzer. Die erzählen mir halt so ein bisschen was von der Leidensgeschichte. Wenn ich schon die Tierarztakte habe, habe ich mir die natürlich schon als Vorbereitung angeschaut. Und dann schaue ich mir den Hund an sich an. Ich betaste den, wenn er sich anfassen lässt. Ich schaue mir das Gangbild an, wie er läuft. Und dann stelle ich halt meine Befundung. Und dementsprechend guckst du dann, welche Therapie für den Hund am besten ist. Und welche hatten wir dann nochmal gehabt? Dann war es ja einmal die Blutegeltherapie. Blutegeltherapie. Ich tape die Hunde. Es gibt die Elektrotherapie. Es gibt die ganz klassische mit Massagen, Dehnübungen und aktiven und passiven Bewegungsübungen. Und kann man auch die Therapien parallel laufen lassen? Das kommt drauf an. Also welche man parallel laufen lässt. Ich mache ja persönlich noch die Tierakupunktur dazu. Die würde ich zum Beispiel nicht gleichzeitig mit Egeln machen, weil da halt so viel im Körper passiert, dass es sein kann, dass es den Egeln nicht gefällt. Oder es wirkt halt ganz blöd aufeinander. Also das mache ich nicht gleichzeitig. Aber ich würde zum Beispiel das Tier akupunktieren und danach das Tape setzen zum Beispiel. Das würde ich schon machen. Jeder, der schon mal eine Akupunktur gemacht hat, weiß, dass es unangenehm ist. Wie reagieren Hunde da drauf? Es kommt drauf an. Da habe ich wirklich von Biss, dass die Hunde wirklich sagen, es tut so weh. Also dieser eine, es ist ja ein kleiner Einstich. Also es gibt Hunde, die sagen, es tut wirklich sehr weh und die sagen dann auch sehr deutlich, das möchte ich nicht so gerne. Und es gibt Hunde, die merken das nicht mal oder die zeigen halt gar keine Reaktion. Die Hunde, wo die halt wirklich sagen, die finden das super unangenehm, da finden wir dann andere Möglichkeiten, die zu behandeln. Du hast auch die Tape-Therapie eben gerade erwähnt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Das ist das kinesiologische Tape, das man auch für die Sportler verwendet. Und da schauen wir dann, wo die Probleme sind. Es gibt halt verschiedene Techniken, wie man Tape anlegt. Und je nachdem, wie man es anlegt, wirkt es halt auf verschiedene Punkte. Ich habe eine kleine Patientin, sie hat an einer Bandscheibe. Wäre sie jetzt eine typische Patientin dafür? Da kann man tapen, da kann man aber auch zum Beispiel Blutegel setzen und detonisierende Massagen kann man dann natürlich auch anwenden. Wir haben natürlich auch im Vorfeld darüber gesprochen, das ist jetzt nicht rein zufällig, hast du natürlich auch was zugeschnitten. Ich würde es gerne auch den Zuschauern mal zeigen und natürlich, wie das so erfolgt. Ja, und du hast dich ja bereit erklärt, das an Mia zu zeigen. Dann wollen wir sie einmal herholen. Komm mal her. Natürlich hat sie noch gerade eine andere Verletzung, hat unglücklich eine Scherbe rein. Komm mal her, Schatz. So, das ist die fleißigste Mitarbeiterin hier. Sehr motivierend, wie man sieht. Ja, eine Mann. Ja, genau, erstmal strecken. Ganz wichtig. Das heißt, als erstes fühlst du erstmal den Hund, oder tastest du den Hund halt ab, wo genau die Beschwerde liegt. Ja. Also, da wir ja schon im Vorfeld darüber gesprochen haben, weiß ich ja, wo die Beschwerde liegt. Ja. Und deswegen werde ich da jetzt auch das Tape setzen. Okay. Soll ich irgendwas tun, machen, oder? Ähm, erstmal nicht. Erstmal nicht, okay. Ja, erstmal gucken, ne? Genau. Ja, jetzt resten. Du hast ja schon auch erzählt, es gibt Unterschiede. Es gibt entspannte Hunde, aber es gibt auch Hunde, die sich sehr weigern. Das ist, wie gesagt, ja alles gleichzusetzen, wie bei uns Menschen. Genau. Wie gehst du da voran? Machst du das Ganze alleine, oder hast du auch eine Assistentin? Ne, Assistentin habe ich nicht. Ich nehme mir dann halt die Hilfe von den Besitzern zu. Zu Hilfe, die dann den Hund entweder festhalten oder dann gut streicheln, dass der Hund das halt mit sich machen lässt, wenn der Hund sich überhaupt anfassen lässt. Okay. Und jetzt machst du, ähm, ein, quer... Genau, also das nennt sich Sterntape, was ich jetzt insgesamt mache. Ja. Aber wie kann das auch Fell halten? Äh, das ist das Tape. Also das hält, äh, sehr, sehr gut, wenn es überhaupt nicht hält. Also manche Hunde werden ja auch viel gewaschen und da ist das, äh, das Fell so sehr seidig. Ja. Und da gibt es nochmal einen extra Kleber für. Okay. Aber wenn du, wenn man weiß, man wendet diese Therapie an, sollte man den Hund nicht vorab waschen? Genau. Okay. Also wenn man das vorher alles abgesprochen hat, genauso wie bei der Blutegeltherapie, weil auf gewaschenen Hunden mögen die meistens nicht saugen. Und was wirken jetzt so Klebestreifen? Also was, was, äh, ja... Die wirken im Prinzip das, was ich gerade eben gemacht habe mit dem Haut hochziehen. Ja. Das nennt sich segmentale Verschaltung, weil wenn da Verklebungen festgestellt werden, wie man hier so ein bisschen sieht, also sowas ist halt, ähm, es sollte sich direkt eine Wulst bilden und nicht erst so. Das ist zwei. Das ist halt, äh, das wäre halt so der Idealfall. Ja. Und, ähm, indem man das halt immer wieder hochzieht, lockert man halt, äh, die, äh, die Haut und die Strukturen darunter. Und das ist im Prinzip das, was das Tape jetzt, äh, nachwirken macht. Das heißt, es wirkt weiter, auch wenn der Therapeut nicht mehr im Haus ist. Und wie lange hält so ein Band? Das kommt auf den Hund drauf an. Ähm, es kommt wirklich, wirklich sehr drauf an, ob das jetzt, äh, zwei Tage hält oder eine Woche oder je nachdem auch an welcher Stelle das ist, genau, banden sich die Hunde das auch ganz gern mal ab, weil es ist ja was Neues auf der Haut, das kann ein bisschen unangenehm sein. Da muss man halt ein kleines Auge drauf haben. Siehst du jetzt Kurzfell? Was machst du mit Langfell? Also da stelle ich mir noch ein bisschen, ach, die tapest du gar nicht? Nee, weil das, also die, ähm, das Tape wirkt über das Fell. Ja. Und, ähm, ich weiß halt, also bei einem Kurzfelligen ist das halt relativ deutlich, wo das Fell, äh, wo das Fell endet oder wo das Fell auf der Haut liegt. Das heißt, ich muss da jetzt zwei Millimeter oder so halt einplanen, dass es halt im Prinzip hier wirken würde. Ja. Aber bei Langfell würde ich das dann irgendwo hier unten auf das Fell kleben und das würde irgendwo wirken. Und da ist die Wirkung, glaube ich, nicht mehr so groß. Und jetzt schüttelt sie sich, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Das ist ein gutes Zeichen. Das ist Stressabbau, das ist einmal gesagt, ich bin jetzt angekommen, das ist jetzt alles in Ordnung, ich bin jetzt wieder entspannt und jetzt legt sie sich wahrscheinlich auch wieder hin. Und schläft weiter. Ja. Okay, danke dir. So, wir gehen jetzt mal davon aus, es hält 24 Stunden und dann ist sie geheilt oder wie sieht die weiter Therapie aus? Nein, also man kann natürlich immer noch weiter gucken. Man kann gucken, was es gebracht hat, ob es was gebracht hat. Ja. Und dann schaut man halt, wie man weitermacht. Je nachdem, ob man dann halt wieder mit Blutegeln anfängt, ob man dann weiter massiert. Und dann schaut man halt, wie, was wie wirkt. Ja. Das heißt, es ist auch nicht gegeben, dass alles wirkt. Es kann auch sein, dass die Egel nicht wirken. Es kann sein, dass die Akupunktur die falschen Punkte getroffen hat und so. Und wie oft kann man jetzt einen Hund tapen? So, wie man möchte. Achso, das ist wirklich, da gibt es kein, also da gibt es unendlich offen. Genau. Ich muss ja sagen, ich habe ja wirklich den Fehler gemacht, ich habe mit ihr Ball gespielt und dadurch kam das mit der Bandscheibe so zum Vorschein, beziehungsweise ist das wirklich ein großes Problem von ihr. Wie kann ich aber jetzt mit ihr selbst zu Hause ein bisschen üben, trainieren? Also was halt bei ihr, was ich ja auch vorhin schon gesagt habe, sie ist so ein bisschen verspannt im Rücken, da kann man neben der Wirbelsäule ein bisschen die Muskulatur massieren. Man kann sie dehnen, also es hat sie ja sehr schön gezeigt, dass sie sich nach vorne dehnt auf jeden Fall. Aber wie kann ich das mit einem Hund üben, dass sie sich dehnen, wenn sie es nicht alleine macht? Man kann die selber dehnen, das heißt, man legt sie auf die Seite. Also man kann den Hunden ja antrainieren, dass sie sich ins, wie man das auch nennt, Peng oder Spieltod oder irgendwie sowas auf die Seite legt und dann kann man die Gliedmaßen durchbewegen und dann über die Muskelketten werden, wird halt auch der Rücken gedehnt. Ja, okay. Sie gibt ja kein Laut oder so, aber bestimmt bei deiner Therapie ist es auch für Hunde unangenehm. Wie erkenne ich, dass ein Hund Schmerzen hat, dass es ihm unangenehm ist? Oder vielleicht, wenn du jetzt gegangen bist und ich merke irgendwie so, war es jetzt das Richtige? Es gibt verschiedene Zeichen. Es ist ein bisschen schwer, das genau festzulegen. Also Hunde, entweder sie fiepsen, sie schreien, sie bellen, drehen sich um, gucken einen an, so von wegen, was passiert hier gerade? Und dann gibt es halt auch die klassischen Zeichen, wo man aber wirklich auf die Körpersprache vom Hund achten muss, ob es Schmerz ist oder Entspannung. Das ist halt Schmatzen, das kann Entspannung oder Schmerz sein. Es gibt Gähnen, was halt auch Schmerz zeigen kann oder halt, dass der Hund müde ist. Wenn sich der Hund zu viel oder zu wenig streckt, ist es halt auch Schmerz. Wenn er sich zu viel streckt, ist was verspannt. Wenn er sich zu wenig streckt, kann er es nicht mehr, weil es weh tut. Also es ist halt immer so ein bisschen abwägen und den Hund beobachten und dann schauen, wie der sich gibt. Wenn jetzt mein Hund sehr, sehr, sag ich mal, krank ist oder leidet, halt eine sehr große Krankheit mit sich hat, wie kann ich Ihnen das so ein bisschen erleichtern? Ist das wichtig, das richtige Körbchen, soll er auf einer festen Matratze, sag ich mal, Körbchen übernachten, eine weichere, lieber auf dem Boden, soll ich ihn die Treppen hochtragen? Was gibst du da unseren Zuschauern als Tipp mit? Beobachten, was dem Hund am besten tut. Also es gibt halt Hunde mit Gelenksbeschwerden, die lieber auf hartem, kalten Boden liegen. Mein Hund zum Beispiel hat Hüftgelenksdysplasie, der liegt total gerne weich. Also da kann man halt schauen, es gibt auch orthopädische Betten, die sind halt auch prima für Hunde mit Gelenksproblemen. Also und Treppen tragen ist halt, gut, bei einem 30-Kilo-Hund ein bisschen schwierig, aber bei kleinen Hunden kann man das durchaus machen, ja. Ist auch da was dran, dass man den Hund bis zum ersten Lebensjahr die Treppen hochtragen muss? Muss ist immer so ein starkes Wort, sag ich mal. Ja, natürlich hängt auch darauf an, wie viele Kilos. Genau. Und ja, also man kann es gut machen, es ist auf jeden Fall nicht schädlich, aber der Hund hat zum Beispiel nur Gelenksprobleme, weil er nicht immer getragen wurde oder weil die zwei Treppenstufen zum Haus jetzt, weil er nicht getragen wurde, das würde ich nicht 100 Prozent unterschreiben. Würdest du, ich habe das schon mal gesehen, das ist natürlich auch so für den Hundebesitzer so ein bisschen, man muss zweimal hingucken, es gibt ja auch schon Hundewagen, also eine Art wie Kinderwagen. Würdest du sagen, das geht zu weit, der Körper muss trainiert werden, die Muskeln müssen aufgebaut werden oder sagst du, das ist wirklich in gewissen Sachen eine Unterstützung? In gewissen Sachen ist es auf jeden Fall eine Unterstützung. Also es gibt ja zum einen wirklich den Wagen, wo sich der Hund reinsetzt und es gibt ja auch die, wo der Hund dann halt wirklich auf der Hinterhand unterstützt wird und das kommt wirklich immer auf den Patienten individuell an. Aber wenn man zum Beispiel zwei Hunde hat und man sagt, der alte Hund möchte nicht so lange alleine bleiben, während ich mit dem Jungen unterwegs bin, kann man ihn natürlich auch in den Wagen setzen, dass er dabei ist. Aber er halt nicht mehr so lange laufen kann. Es gibt natürlich auch Unfälle, wo leider eine Pfote dann abgenommen werden muss oder das ganze Wein. Bist du da auch mit im Thema bzw. kannst du da unterstützen? Ja, weil Hunde sind darauf ausgelegt, dass sie auf vier Beinen laufen und wenn eine Pfote oder ein Bein fehlt, dann muss es halt umgelastet werden. Das heißt, es können dadurch irgendwo Schäden entstehen, es können sich Wirbel ausrenken, es können natürlich Überbelastungen auf den anderen Gliedmaßen dann zufolge sein. Und da kann man auf jeden Fall den Hund unterstützen, dass er halt die richtige Muskulatur so aufbaut, dass es halt nicht schmerzhaft ist. Hat auch ein Hund Phantomschmerzen? Ja, genau wie bei den Menschen auch. Und das wird wahrscheinlich in der ersten Zeit immer so der Fall sein, ne? Ja, hoffentlich, ja. Also in den meisten Fällen schon. Es gibt aber auch zum Beispiel bei den ganzen Amputationen, das sind ja auch die kopierten Hunde. Wenn das halt wirklich unter traumatischen Bedingungen entstanden ist, dann kann das auch sein, dass Hunde noch Jahre später schreiend aufwachen. Das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Das sind dann aber wirklich Hunde aus dem Auslandstierschutz. Aber das kopierte Hunde, das gibt es ja Gott sagen nicht mehr so oft. Oder täusche ich mich da? In Deutschland gibt es das, ich weiß nicht genau die Richtlinien, aber zum Beispiel, wenn sich der Hund, ich glaube, ein paar Mal die Rute gebrochen hat, beim Freunden, so ein Boxer oder so, wenn der sich halt beim Freunden und beim Schwanzwedeln gegen den Tisch oder so schon die Rute bricht und das wirklich schmerzhaft ist, dann darf man das, glaube ich. Und ich glaube, das ist bei Jagdhunden erlaubt, aber da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber die ganzen Auslandstierschutzhunde, da kenne ich schon einige, wo dann die Ohren ab sind, Rute ab. Ich kenne auch Hunde, wo die Augenlider abgeschnitten wurden. Das ist aber nicht mein Thema, beziehungsweise das ist insofern mein Thema, als dass ich auch Traumata behandle. Aber halt nicht, also das ist nichts, was man physiotherapeutisch unbedingt unterstützt. Und wie sieht da die Behandlung aus, bei Traumata? Ja, das ist nochmal was Gesondertes von der normalen Physiotherapie. Das geht dann wieder in die Osteopathie-Schiene. Und das ist dann aber weniger auf den Bewegungsapparat ausgelegt, beziehungsweise es hat natürlich auch Einfluss darauf, aber die Behandlung sieht dann nochmal ganz anders aus. Kann ich darunter auch die Hunde verstehen, die zum Beispiel ihr Herrchen und Frauchen verloren haben, die mit ihnen vielleicht 15 Jahre zusammengelebt haben? Ja, wobei man da auch, also ich habe halt ein relativ gutes Netzwerk an Tierkommunikatoren auch, Homöopathen, wie gesagt auch Osteopathen und halt Tierärzten. Aber vor allem die Tierkommunikation ist da halt auch ein sehr, sehr großer Schritt, den man da auch gehen kann. Du hast am Anfang erwähnt, ihr arbeitet sehr mit Tierärzten zusammen. Natürlich, auch hier will ich mich nicht aus dem Fenster schmeißen, aber Tierärzte arbeiten ja auch sehr viel mit Schmerzmitteln zusammen. Wenn jetzt ein Hund unter Schmerzmitteln steht, eine Therapie da bekommt, kann man die mit euch zusammenfassen, also mit deiner Physiotherapie? Ja, also es gibt halt beide Möglichkeiten. Es gibt die eine Seite, dass ich halt sage, okay, wir sind jetzt so weit mit dem Hund, dass man die Schmerzmittel wenigstens reduzieren kann. Oder es gibt halt die Seite, wo ich halt sage, also der Hund sollte schon ganz gerne Schmerzmittel bekommen, damit wir ihn auch überhaupt behandeln können. Das kommt dann wirklich immer darauf an. Also ich persönlich bin dann immer eher für die Alternative vorher, erst mal probieren, auch mit Homöopathie. Aber wenn es halt nicht anders geht, dann müssen halt auch Schmerzmittel her. Die Homöopathie, das war jetzt auch mal wieder ein schönes Stichwort, was du eben auch gebracht hast, hilft die oder ist die ein Ersatz für Kastration? Glaube ich nicht. Also ich bin keine Spezialistin für Homöopathie, aber das kann ich mir nicht vorstellen, genauso wenig wie die Physiotherapie oder Akupunktur dafür, halt wirklich ein Ersatz sein könnte. Wobei die Kastration, über die Kastration gehen die Meinungen ja auch sehr stark auseinander. Ja, da gibt es immer Pro und Konter, man weiß nie, was richtig ist und wenn, dann halt, das ist jetzt wieder ein Thema dann für sich, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür dann. Aber Hunde verändern sich ja auch in der Kastration. Kommt ihr dann auch so zum Einsatz? Je nachdem, wie sie sich verändern. Also es gibt halt zum Beispiel auch, um auf das Traumathema zurückzukommen, gibt es halt auch das Kastrationstrauma, das halt gelöst werden sollte, das hatte zum Beispiel mein eigener Hund. Das habe ich bei einer Extra-Osteopathin halt lösen lassen und das hat ihm unglaublich viel gebracht, im Verdauungstrakt zum Beispiel auch. Dann hat man das in seiner Fellstruktur gesehen und er ist halt wirklich, er hat sich vom Wesen schon wieder was verändert. Also das ist das Kastrationstrauma. Das rate ich allen an, die ihr Tier kastrieren lassen, dass man da das Trauma dann, sobald die Narbe halt verheilt ist oder sobald die Opier dann halt wirklich abgeschlossen ist, dass man das einmal löst. Mia hatte ja, wie gesagt, die Bandscheibe und wir haben auch eine Unterwasser-Therapie gemacht und manche habe ich gedacht so, hm, hat es eventuell Muskelkater oder war das eine Einbildung oder haben Hunde wirklich Muskelkater? Haben sie genau wie wir Menschen auch. Deswegen sage ich auch immer, also ich gebe ganz gerne Hausaufgaben an die Hand. Also ich sage dann halt dann, ich zeige euch das einmal und dann gebe ich euch eben die Aufgaben oder ich lasse dann eine Wippe da oder Kavaletti, also so kleine Stangen, wo die Hunde dann rüber gehen müssen. Das lasse ich dann ganz gerne da. Ich sage dann, mach das so drei, vier Mal am Tag, je nachdem, wie der Hund dann auch gerne mitmacht. Und dann am nächsten Tag macht ihr Ruhe, weil es kann halt sein, dass der Hund dann sich nicht mehr so gerne bewegen mag. Ist ja aber auch, Wasser ist ja auch eine ganz gute Alternative. Wenn jetzt gerade der, jetzt haben wir jetzt gerade Frühling, wenn es jetzt wieder richtig losgeht, würdest du das dann raten? Ja, jedem Hund, der gerne ins Wasser geht, natürlich sollte man die nicht ins Wasser schubsen. Aber dadurch, dass halt das Wasser Aufstrom gibt, wird der Hund halt getragen und dadurch ist keine Last auf den Gelenken. Und da können sie halt so Muskulatur aufbauen, anders halt als auf einem normalen Laufband, ohne Druck auf die Gelenke zu haben. Du hattest ja vorhin erzählt, es gibt ja einmal die Möglichkeiten, den Hund in Haus so ein bisschen auch zur Unterstützung mit ihm halt Dehnübungen zu machen oder zu massieren. Wie kann ich draußen einen Hund, der sehr aktiv ist, aber es wie gesagt an der Muskulatur hat, wie kann ich mich da mit ihm beschäftigen? Was hast du da für Tipps? Wenn er Schmerzen hat oder wenn er Muskelaufbau betreiben soll? Beides bitte einmal. Also wenn er Muskelaufbau betreiben soll, ist halt das Idealste, wenn man über Stock und Stein geht. Wo die Hunde die Beine heben müssen, damit die Bauchmuskulatur gefestigt wird und dadurch festigt sich dann auch die Rückenmuskulatur. Und Hunde, die Schmerzen haben, würde ich über Kopfarbeit auslasten. Also vor allem, oder je nachdem, welche Schmerzen das sind, wenn man die Schmerzen beheben kann, dann natürlich über Physiotherapie, was ich schon alles genannt habe. Oder halt, wenn es wirklich degenerative Geschichten sind, wie jetzt arthrotische Geschichten, dann eventuell, je nachdem auch wie fortgeschritten das ist, entweder die Bewegung etwas runterfahren und dann halt wirklich über Kopfarbeit auslasten oder wieder ein bisschen mehr machen, damit die Muskulatur dann halt auch aufgebaut wird. Du bist ja Tierphysiologin. Therapierst du jetzt nur Hunde oder auch andere Tiere? Ich therapiere auch Pferde. Werd auch ganz gerne mal gefragt, ob ich eine Katze therapiere. Das mach ich, wenn die Katze kooperativ ist. Das ist halt meistens so ein bisschen das Problem. Aber an sich ist es halt, würde ich das auch machen. Und beim Pferd jetzt, kannst du da auch alles anwenden, was man beim Hund anwenden kann? Oder ist das wieder was ganz, ganz anderes? Nee, was ganz, ganz anderes ist es nicht. Ich kann genauso tapen, ich kann genauso Blutegel setzen, das sind dann halt ein paar mehr. Ich kann halt nicht alle Gliedmassen so durchbewegen, wie ich das beim Hund machen würde, weil so ein Pferd hinlegen und dann alles durchbewegen, das passiert halt nicht so häufig. Ja. Kann ich eigentlich auch ernährungsmäßig was Gutes für einen Hund tun, der halt eine schwache Muskulatur hat oder Gelenkprobleme hat? Da gehen die Meinungen auch sehr auseinander. Also das kommt wirklich sehr, sehr drauf an. Das ist so, mein Lieblingsspruch, es kommt immer drauf an. Ja. Aber es gibt zum Beispiel, man kann halt schon relativ viele Zusatzmittel füttern. Ob die wirken, kommt es wirklich drauf an, in welcher Kombination man das macht, welches Futter man sonst gibt und wie der Hund jetzt wirklich auf dieses Futter reagiert. Es gibt ja glaube ich Eisen oder beziehungsweise gerade halt auch bei Hunden mit einer schwachen Muskulatur gibt es ja auch so einen Zusatz, was du eher erwähnt hast. Aber es ist wahrscheinlich alles noch gar nicht so ausgeforscht oder so, dass man sagen kann, das ist 100% eine Heilung dabei. Also 100%ige Heilung kann man sowieso nie sagen. Es gibt halt ein paar Mittel, sowas wie Grünlipmuschel, was halt gerne gegeben wird. Hage Butte wird gerne gegeben. Es gibt ein Mittel, das heißt Collagile Doc, das wird ganz gerne gegeben. Da kommt es immer sehr drauf an, ob es wirkt oder nicht, ohne jetzt irgendwie irgendwelche Firmen oder so hier freie Werbung zu machen. Aber solche Sachen gibt es halt schon, die man dann unterstützend dazu geben kann. Aber ich glaube, du machst ja deinen Job auch ganz gerne, weil du Heilung auch erbringst. Hast du da irgendein Beispiel? Also mein Lieblingsbeispiel, was ich halt immer gerne über die Akupunktur erzähle, ist ein Hund, der massive Stoffwechselprobleme hatte. Die sah schlimm aus. Also die hat etwas stärker gerochen. Ihre komplette Schnauze war kahl, ihre Pfoten waren kahl, ihr Hals war kahl. Unter den Achseln fehlte Fell und das hat sich alles so entzündlich angefühlt und hat auch so ausgesehen. Und da haben wir ein halbes Jahr akupunktiert, jede Woche einmal. Und die sah zum Schluss wirklich super aus. Also die hatte wieder normales Fell, hat überhaupt nicht gerochen und die Besitzer haben sonst nichts verändert. Und das haben wir nur über Akupunktur wieder hinbekommen. Was wahrscheinlich Frau und Herrchen definitiv mitbringen muss bei so einer Art von Therapie, bei einer Physiotherapie, ist halt Geduld. Das geht nicht von heute auf morgen. Genau. Das sage ich immer, das ist halt wirklich ein Prozess. Es muss sich ja auch wieder was in die andere Richtung verändern. Sondern viele sehen es auch oft nicht, wenn der Hund Schmerzen hat. Es ist halt auch schon sowas wie, wenn der Hund sich einfach wegduckt, wenn man über den Rücken streicht. Und das sind halt relativ schnell Geschichten. Oder wenn man halt wirklich diese Hautrollungen macht, was ich vorhin bei ihr gemacht habe und der Hund sagt schon, da sagen die meisten Menschen halt so, ja das macht sie halt oder das macht er halt. Das ist dann halt so. Aber das sind schon Schmerzen, wo man halt da auch schon gucken sollte, dass man eventuell dann schon einen Tierarzt aufsucht. Ja. In jeder Branche gibt es ja auch schwarze Schafe. Wie erkenne ich denn einen guten Tierphysiologen? Ähm, ja. Das ist eine sehr gute Frage. Also gibt es einen Verein, wo er drin sein, wo er eingeschrieben ist, wo ich mich, wie bei der Ärztekammer, gibt es das für euch auch? Es gibt Vereine, es gibt Tierphysiorene. Da die Physiotherapie aber kein geschützter Begriff ist, ist das immer so die Frage, ob sie in den Vereinen drin sind oder drin sein müssen. Das kann sich halt jeder Physiotherapeut nennt, der einmal einen Wochenendkurs in der Physiotherapie gemacht hat. Also kann sich dann gleich so betiteln. Ja, weil es halt kein geschützter Begriff ist und weil es halt keine staatlich anerkannte Ausbildung ist. Noch nicht. Noch nicht. Aber du hast wahrscheinlich auch, aber du hast einen Werdegang so hingelegt und wie gesagt hast du halt keine Wochenendtherapie, Seminar gemacht. Genau, ich habe zwei Jahre Physiotherapie gemacht. Ich habe ein Jahr Tierakupunktur gemacht und dann halt noch Seminar zur Blutegeltherapeutin und zur Osteopathin. Ich nenne mich nicht Ausdiopathin, weil das tatsächlich nur ein Wochenende war, aber sonst habe ich wirklich meine Ausbildungen da auch abgeschlossen. Oh Gott, wir haben heute wieder so viel gelernt. Also definitiv habe ich auch gelernt, wie ich Mia jetzt demnächst mal dehnen kann, wie ich ihr Gutes tun kann, auch mal ein bisschen massieren. Dann, Maybrit, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Natürlich haben auch die Zuschauer wieder die Möglichkeit, uns Fragen zu Maybrit zu stellen, beziehungsweise wenn ihr irgendwelche kleinen Patienten zu Hause habt und euch liegt da was ganz nah und könnt ihr gerne uns eine E-Mail schreiben an hunde-at-tidenet.de. Wir leiten das dann gerne an dich dann weiter. Ansonsten findet man auch alle weiteren Informationen über deine Homepage. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich bei dir heute, dass du dir die Zeit genommen hast. Natürlich aber auch bei euch, liebe Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr ein Teil meiner Sendung wart. Ich wünsche euch noch was. Bis dann. Tschüss.